Ich bin auf der richtigen Seite So wie er da? So schmeiß mal bitte den Eben oben daus Hallo Cem Jo Ho Nein alter bitte bitte fahr gut alter Nein Bitte bleibt bei A stecken Er fährt Ja das Ich puste nach Das ist los Sprit schon leer wahrscheinlich Schafft das Ja das Ach ey Dimi alter Ja Du bist doch hier der Klimaspezialist oder nicht Ja kann man so sagen Direkt Ich will mir eine Klima So eine mobile Aber holen Kannst du da irgendeine empfehlen Ganz ehrlich Cem Nein Ich kenn mich mit den Dinger nicht aus Ich schwöre es nicht Ich weiß nur Das der Abluftschlauch So wenig wie möglich in der Wohnung Weil diese mobilen Dinger Damit kenn ich mich nicht aus Die sollten auch No tank Ähm Ja Scheiß drauf Lass mal nach Lass mal nach Nach der Runde reden Was Balcon lang Niemals Bro Wat Was Balcon schlafen Niemals So Dinger Rieb doch mal deutlicher Ich verstehe dich nicht Alter Balkon Niemals Da Ja echt mit Irgendwas Zum munter Penis aus dem Mund nehmen Und dann reden Alles Alles Voller Gegners Wo seid denn ihr? Na Keine Ahnung wo ich bin Irgendwo Na auch nicht schlecht Na 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 Müssen wir erstmal durchpushen Ja das kann doch nicht Sein Alter Ich hab doch nur Eine Woche nicht gespielt Was ist mit meinen Eben los alter Was haben wir hart Ja Hier ist man nicht schon Wir sind hier Wir sind hier Oh ist interessant Ach Digga Na Na Er ist down Das ist gut Hier bist du ein Versorger Jop Na Hier Munition für dich Frideric Ja Ist hier wieder SMG time War gerade auch Ey Dieser eine deutsche Der Dieser wie hieß der vorhin alter Oberst Ja 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 Oh das war knapp Boah alter Ey Was ist denn los da mit den Gegnern Kommen wir nicht voran Über mir liegen Oh ja Ja Boah Was ein Spawn alter Herrlich Also rechte Seite ist Komplett voll alter Da wollte ich eigentlich gerade hin Leidler Leidler Ist alles voll Oh Autsch Da Kriege ich nicht Mit Ganz Ja Es ist Na Ich Röhlich Her Beleg nicht wieder Sauber Sch ich bin irgendwie komplett raus hier keine ahnung auch alter an den geilsten positionen der welt aber ich werde sogar wieder was erwartest du von dem blauen sehr schön 80 komm Sniper stirbt oder wir gehen nach B ja ist vielleicht besser dann bringen wir einen mit dem Sniper um, dann nehmen wir den Sniper und dann gehen wir ja ja heilschneiden also B scheint ja richtig voll zu sein ja Messer sie bitte Timmy rechts von dir rechts von dir oh den markiert holt dich jemand markiert dich jemand holt sie droh bist da da ist noch einer rum hast du nice frisst das dann pass auf gleich und und was war das was war das Ziel doch was soll man ein Sniper ja ne ne hat jemand Munition bestellt der Tank steht hier wirklich einem Dreck der Tank ist auf der ganzen Map nach oben auch schießt und ist weg der andere Tank steht auch da du wieso verliehen ne 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 Kommt hoch glaub ich. Anders spielen jetzt hier nur so komische Typen wie da hier. Broken Poison. Wir wechseln noch einmal Sunny, einmal Sturmsoldat. Das ist der Tod. Gras, komm ab da. Au. Oh yeah, geiles Ding alter. Weg hier alter. Da hab ich da hingeschrieben. Wo? Yo. Na, er gibt ja sonst nix. Na ja. Digga, das war gerade bei Amira auch schon so. Na da ging es doch eigentlich, hier ist es schlimmer jetzt. Da sind schon wieder einige Araber hier auf dem Server. Mal. 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 Warte, lass es gut sein, Alter, ich komme gerade, okay, drüben mich wieder, vielleicht kann ich mir noch einen Sniper machen. Nein. Okay. Aber das ist ja, der eine ist ja vom SMG-Clan, ich bin ja alle, SMG. Ach, Digga, Zug. Hä, was war das jetzt? Jawohl, richtig erwischt. Ehrenmann. Oh, zurücklauf ein bisschen. Achmed, wie die alle heißen hier. Achmed lacht nicht. Ja. Oh, ey, ihr wollt euch jetzt nicht nach A laufen? Doch. Scheuerhaft? Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, E-Werte gehalten. Ja, B geht ja auch schon wieder. Das Bett ist low. Oh, hier ist direkt so einer. Markiert. Ja. 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 Das Team hat uns einfach im Stich gelassen. Die zwei Sniper ganz alleine. Pass auf, was einer mit der SMG ist. Ja. Ach, hol dir. Ja. Ja, ich weiß nicht. Ach, geht das schon, oder? Ja, ich weiß nicht. Hier, presche Monition. hat jemand munition hatte er jetzt wieder belegt den sniper ich hab ein bisschen munition wieder auf der taten weil wir den schon wieder der bärthal wohl zack problem alter kann es nur einer sein zwei ich bin tot da so schnell normal ich war oben an der wie heißt es ach so okay ich bin direkt oben ich hab einen mit der bissl dort gemacht dann hab ich gestorben das klingt ich kann auch noch mal zurück die 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 auf bin sonst Das war's, das war's, das war's. Er ist halt längst lang gelaufen. Jaaa, ich bin auf dem Weg gekommen. Links? Links ist besser als rechts. Nein. Das bin ich alter. Kriegt mich einer? Ne, ne? Wir verlieren Einsatzziel Cäsar. Erst Munition. Ne, wir öffnen da auf einmal eine Haftmine hin. Ne, ne, das war's doch nicht. Ja. Jaaa. Äh, irgendeiner hat da Rindem eine Haftronate. Oh, tschöner mich. Panzer ganz rechts, bitte. Der Monition. Vad, los. Hammer! Hat' jemand Punition best Ltd? Hat jemand tamanmaljudy stetsnet? Monizion, hier! Monizion, greif zu! Alter, da lagen zwei Leute hinter diesem Schild! What? Oh, nicht schlecht! Oh, nicht schlecht! Haha! Die Villa! Bisschen, ne? Wow, das Mörder da! Pferd, komm! Wir müssen das Ziel erobern! Wir haben ein Einsatzziel! Drei! Oder wollt ihr zu E? Was ist das? Äh, das... Irgendwas schießt da! Oh, was geht da mit dir, Can? Ja! Nein, wie kriegt er mich? Kriegst du mich, Can? Ja! 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 Ich bin sicher! Ja! Ich bin sicher! Ja! Ja! Ich bin sicher! Ja! Ich bin sicher! Ja! 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 Boah, Alter, was geht denn da ab? Ah. Shit. Ah, Dreckszug. Ah, zieh mich hinter dir. Ja, 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 ist ein bisschen zu sein. Ich habe auch gegenmarkieren, so ein komischer Snyperdrecksverfahren. Aufkommen. Oh, Pferd. Nein, messert er mich noch zum Schluss. Egal, hast du nicht mehr gekriegt. Jo, nee, sehr schön. Hast du doch nicht mehr gekriegt, ey. Och, Mensch. Ja, jetzt zu diesen portablen Geräten. Also, ich hatte mal einen, bei einem habe ich eine Klimaanlage eingebaut, der sagte, der hatte sowas. Das größte Problem ist einfach, dass du kannst ja keine Kälte produzieren, du kannst ja nur Wärme entziehen. Richtig. Wenn du dir so ein portables Gerät kaufst, dann musst du, es gibt dafür am Fenster oder irgendwie eine Möglichkeit, so wenig Schlauch wie möglich in dem Raum haben und so viel wie möglich, dass der Schlauch dick gedämmt ist, weißt du? Ja. 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 Ja.